Musik 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 Aber ich war hinten noch nicht drinnen, ne? Nein, da war ich dafür. Ich stelle wieder einen Frame rein. Da habe ich die Antibiotika mitgenommen. So was für ein Dünger habe ich mit. Erste Hilfe verbrauchen, super. Oh, da ist noch einer. Witzig ist gelootet. Oh, ja. Ach, Micha, ich sage mir, er reißt so viel. So, er liegt. Jedes Mal, wenn ich dort um reinschaue, ist ein Miststück drin. So, jetzt schaue ich einmal rein. Geh bitte, geh bitte. Ich kriege die Krise. Du hast mittlerweile zu viele Glippies. Verfolg dich. Oh, ja, das ist alles voll. Lauf, lauf, lauf. Da kommen mindestens drei, drei, nicht vier raus. Okay. Achtung, links war eine. Nicht, dass die durch die andere Regalreihe kommt. Okay. Du musst nur irgendwo... Oder hast du die gemacht? Hm, nein. Irgendwo müsste da... Ah ja, da steht sie. Ist wieder ein geflopfen? Nein. Chili da rein. Eine geht wieder rein? Ja, das war's. Wo ist denn die jetzt? Warte, erinnern. Noch einer, noch einer Scheiße. Du Schreie. Scheiße. Leck mich. Nein, jetzt nicht. Das ist so ein Zappel, Philipp. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh, keine Pfeile mehr. Ich geh mit der Keule drauf. Ja, das war's. Okay. Die Cheerleaderin lebt noch. Okay. Ah, die schauen so geschmackig aus. Puh. So, die ist auch erledigt. Puh. Mhm. Ist jetzt so irgendwas da drinnen. Also, wenn's jetzt nur mehr aus irgendeinem Loch kriechen, das gibt's ja nicht so groß. Das ist ja die ganze Apotheke mehr. Außerdem, die war ja leer. Da ist nur einer. Das... Nein, aber da. Achso, ich hab ja keinen Pfeil mehr. Ich kann ja schießen. Nein. Oh. So. Jetzt ist aber Ruhe. Kannst du's bitte in allen Ecken nachschauen. Das ist ja eine Horror-Apotheke. Ein Splint. Mhm. Habe ich auch schon reingelegt. Noch ein Splint. Vielleicht ist das wie mir. Da ist eine Chemiestation. Ja, ja. Habe ich ja gesagt. Das ist eine Chemiestation. Oh, wie schön. Leider kann man's nicht abbauen, oder? Hm, ich würd's nicht probieren und nicht riskieren. Da muss er. So, da drin. Es fehlt eigentlich noch. Okay, da ist da alles gelootzig. Gut, ups. Aber... Ich war da drüben schon. Okay, die Seite ist komplett, oder? Mhm. Gut, dann schauen wir da noch. Also auch leer, 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 leer. Dach. Dach? Ach ja, hinten rauf. Dach. Da die Kassen, hast du? Äh, ja. Getränke? Ja. Passt. Sehr schön. Die Kassen hast du? Meine Wut, vor allem sind wir immer wieder mit. Ja. Das heißt, das ist auch komplett. Jetzt müssen wir wahrscheinlich jedes Mal... Was denn? Hm, hm, hm. Müssen wir wahrscheinlich jedes Mal bei unserer Chemiestation wollen, ähm... Also, jedes Mal können da nicht immer Zombies drin sein, das gibt's ja. Warum denn das Kuscheln? Die... Da ist ein brennender, okay. So, dann rauf da. Was dann? Naja. Achtung, die liegen sicher auch welche, gell? Da hängt wie hängen geblieben. Ich würde noch keinen sehen. So, ich hätte... Ah, ein Bag. Oh, ein Messer. Na bitte. Und dann 83er Hut, der ist glaub ich besser wie meiner, oder? Jupp. Was können wir jetzt noch looten, äh, wir haben, oder da mal ein bisschen Ressourcen farmen, wir, äh, haben 15 Uhr. Wir haben 15 Uhr, aber ich bin gerade beim Zerlegen. Oh, gut, die kann nichts grabben. Also habe ich dann noch nichts, wie das Messer mitnehmen, auch wenn es nur ein 70er ist. Und dann, wie das ist, wie das ist, wie das ist, wie das ist. Motel 8. Mhm. Gut. Ah, okay, Ledermantel. 87, ein Grau. Okay. Wir halten, oder? Ja, wir halten. So. Weiter geht's. Ach, jetzt ist es... Wie komme ich denn da runter? Wups, und... Passt. Ich dachte gerade, ich hätte... Ah, doch, da ist was frei. So. Ich bin schon unten. Okay, ich komme. So, ich schaue mal kurz vor da, was ich da noch so sehe. Vielleicht finde ich ja noch schnell ein Geschäft, wo wir was lieben könnten. Daneben bei, das schaut aus wie ein großes Gebäude. Ist da hinten was angepflanzt? Hm. Große Gebäude haben immer... Wenn du rauskommst, links auf der Rückseite von dem Gebäude... Wenn ich runterkomme... Also wenn... Nein, bist du jetzt am Dach hoch? Nein, ich bin unten. Du bist unten. Wenn du vorn bei der Apotheke stehst, wo der Eingang ist, und schaust die Straße entlang, dann ist gleich links noch ein Gebäude mit so einer Überdachung beim Eingang. Ah, meinst du das Motel? Und da dahinter... Bin mir auch nicht sicher, ob da was angepflanzt ist. Also auf alle Fälle, das schaut aus wie so ein Hochbeter. Okay. Aber es kann ja nur irgendwas Vertrocknetes gestrüppt sein. Das zeigt es mir nicht richtig an. Hm, nein, ich lauf. Und auf der anderen Seite scheint... Scheint... Da scheint... Ah, da ist ein Motel. Motel 8. Okay. Da ist... Was? Da geht's runter. Walking Tools. Wo? Da vorne. Okay. Ich komme mal zu dir. Okay, das darfst du ein Militärlager sein. Schau ihn zur Postel. Ich bin... noch nicht bei dir. Okay. Ah ja. Spannend. Oh, schaut cool aus. Wow, total betoniert. Was haben wir da? Oh, ja geil. Rein da. Okay. Äh, falsches Wegezeug. Hast du... Ich habe keine Fälle. Ich habe heiße 26 mit die vier, die wir jetzt machen. Mal schauen, was ich mache. Ah, ich kann aber 69 machen. Okay. Fertigen. So. Bin... Bin da. Na dann. Ja. Ist was? Hm. Der erste 6. Der zweite. Dritter. Na cool. Farbe, okay. Wie schaut's aus? Sonst mache ich die Tüte. Ich bin schon im ersten Stock. Gucken. Okay, dann kann ich unten looten. Du kannst looten. Der ist auch erledigt. Okay. Okay. Oh, da sitzt auch noch einer. So, dann arbeiten wir uns mit da rein. Oh, oh. Da steht eine Krankenschwester. Ich zerlegte deine Leichengar. Ich glaube, jetzt war es. So, einmal Büscherregal. Ich zerleg deine Leichengar. Ja, ist okay. Die du lozierst. Oh ja. Okay, da geht es noch nach oben. Lieder rauf. Das ist deine Entscheidung. So, nach dem Häuschen werden wir sowieso retour. Ja, auf alle Fälle. Kacke, ich kann nichts mehr nehmen. Ja, da müssen wir später nochmal kommen. Ich bin auch ziemlich... Ich schau da jetzt mal kurz rauf. Oh. Da ist... Nein, nein. Was ist das? Na, sehe ich aber, ist eine Handtasche. Oh, schön. Da musst du aber sehr genau schauen. Grau in Grau. Ich würde den gerne abhauen. Äh. Okay. Nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Die Klimabox war nur verpackt. So, ich komme runter. Stehe neben dir. Nicht schrecken. Kochtopf. Cool. Ja, ich kann ihn aber nicht nehmen. Ich kann noch was nehmen. Aber wir könnten nochmal schauen, ob wir das eine oder andere zusammenlegen können. Ich schau da mal in den Kühlschrank rein. Okay. Hast du Fett? Ja. Dann lege ich das rein. Stoff? Ja. Okay. Habe ich schon. Altes Brot oder schienerliches Brot? Leder? Moment einmal. Menschliche Kacke. Ich habe weder noch. Blei, Patronenhülsen? Nein. Vitamine? Nein. Blutbeutel? Nein. Schiene? Nein. Nitratpulver? Nein. Eisen? Also Scrabbültel, ja. Ja, Eisen. Knochen? Ja. Okay. Trüges Wasser? Nein. Verrottendes Fleisch? Ja. Schießpulver? Nope. Kohle? Nope. Passt. Dann. So, den Kochtopf vorbei. Dann kannst du das zusammenstecken. Wie schaut es bei dir aus mit dem Platz? Oder sollst du ja auch einiges frei haben? Ja, ein bisschen was habe ich frei. Sehr gut. So. Und Glas. So. Ich würde jetzt trotzdem schauen, dass wir dann die Tür gehen. Wo bist du? Nehmen wir den Spiritus mit. Ich habe nur da den Spiritus noch mitgenommen. Müllkübel habe ich da. Müllkübel habe ich da auch noch gebraucht. Das ist ein Brennmaterial. So, runter, runter. Ja, die Türen da müssen wir später mal machen. So, ja. Das hast du schon gemacht. Das ist auch schon leer. Ja, das habe ich alles schon gemacht hier unten. Oh, da. Da oben ist noch was. Oh. Oh. So, hier reinschauen? Hab schon. Äh, großer Hammer. Ah, Schlügel. Sehr gut. Dann hast du schon. Passt. Das war es, oder? Ja. Gut. Gut. So, oben sind noch Türen. Die müssen wir irgendeinem machen. Ja, passt schon. Na dann. Retour zu unserer Kiste. Ja, genau. Dort alles zusammenstecken. Ach, ein Zappelphilip. In der Nähe unserer Kiste. Zappelphilip. Ja. Oh, ich bringe auch einen mit. Da ist gerade wieder einer aus der Apotheke rausgekrochen. Ach. Schau mal, sind das ja nicht mehr, als es bleibt bei dem Einzelnen. Zwei kommen gerade auf uns zu. Wo? Na, der eine schleift sich so durch die Gegend. Ich mach den, der von der Apotheke kommt. So, ich glaube, der ist ja lediglich. Der Zappelphilip ist in meiner Richtung unterwegs. Ich geh kurz weg. Ah ja, ich seh ihn. Komm mit, der Kalle. Oh. Wenn der nicht so zappeln würde. Das war's. Okay. Ja, ich bin undetektiv. Er hat vier mehr Öl, ich kann es nicht nehmen. Kannst du die zwei ausnehmen, bitte? Oder andere, oder auch nur Stoff drin. Aber ich bin schon wieder voll. Okay. So. Nimm nur das, was du schon im Inventar hast. Das andere nehme ich. Oder versuche es zu nehmen, sagen wir mal so. Ja, der Kochtopf, der schimmelige Brot, ist auch noch nicht hier drinnen. Kacke, ist auch noch nicht hier drinnen. Leder, auch noch nicht. Der Ledermantel, bitte so eine Raufenhose, die kommt noch. Ja, das haben wir auch alles aus Grau, ist weg damit. Das Blei. Seien wir mal wählerisch, ne? Das ist Drahtpulver, das kann es decken. Die Kohle kann es decken. Die Schienen kann es decken. Blutbeutel und die Schießpulver kann es decken. Haben wir eigentlich hinter der Apotheke den Container aufgemacht und geschaut? Nein, ich glaube nur nicht. Okay. Haben wir so einen Sessel da? Oh nein. Die leeren Wassergläser. Die Sessel kannst du schäuert auf Holz. Ah, sehr gut. Ja, stimmt. Ist richtig. Die Antibiotika nehmen wir auf alle Fälle mit die Vitamine. Den großen Verbandskasten schmeiße ich auch rein bei mir. Und da haben wir nur mehr leere Gläser. Ich habe auch noch leere Gläser. Ich habe nur ein Stück. Oh ja. So, du kannst rein. Deck mir bitte den Rücken. Ah ja. Ah, das ist crap, na. So. Okay, das ist los, der Tor. Schimmelige Brot, Öl. Ich werde dann noch schnell die Gläser befüllen. Mhm. Biegen. Nein, Arrange. Orange. Was? Graue Vorschlag haben wir. Das. Mhm. Was nehme ich denn noch mit? Hm. Hm. Was ist das? Am nächsten Tag würde ich glaube ich gerne darüber wieder drücken. Okay. Ich bin immer voll. Achso, ich soll ja aufpassen. Es wäre weggehoffen. Bitte, danke. Hm. So. So. Ist langweilig. Okay. Wennst meinst. Aufpassen ist langweilig. Ein bisschen was ist noch drin. Ich bin voll. Okay. Zum Bärsten voll. Okay. Es ist 20 Uhr. Ja, da drüben ist eine Tankstelle. Okay, das wird wahrscheinlich unser nächstes Ziel werden, würde ich sagen. Ich tue es mal los in Richtung Home Sweet Home. Ja. Ich bin auch unterwegs, aber ich mache noch einen kurzen Abstecher zum Wasser. Alles klar. No problem. Ich hoffe, dass dir das ausgeht. Ich habe nichts mit. Ich kann nichts nehmen. Scheiße. Ich kann es gerade noch ausgewichen. Ich kann es gerade noch ausgewichen. So. 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 Das. Boah. Schrecke mich. Das war... Was denn jetzt? Da sie vor mir in Gras bewegt. Ich wäre fast wieder drüber gelaufen wie so einen Idioten. Krabbelnden. Das ist nicht so gut. Ich... Mich reißt es immer... Ich bin fix und fertig nach dem Gehen. Ich bin ganz schlecht. Wenn du jetzt schon so fertig bist, dann bin ich jetzt nur drei, vier Tage auf. Was? Wie? Wie? So. So. Eins, zwei. Alle Gläser befüllt. Sag mal, habe ich Hunde gehört? Okay. Das ist ein Übungs-Kerl. Okay. Ich bin nur da so Zombie gekommen, oder sonst. Hm. Vielleicht nicht gut. Okay. Okay. Das ist ein bisschen Wasser. Hallo? Okay. So mache ich dich auf den Weg. Ich denke, das ist ein bisschen Wasser. Ich denke, das ist eine Komplettung-Basis. Ich tue nochmal... So. Ich sehe es schon. So. Oh Scheiße. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin da und... Was muss mich ansehen? Bist du aber nicht mehr weit weg, oder? Nein, ich sehe schon. Ich komme gerade in den Hang, Rof. Okay. Gut. Gut, na dann. Rauf, 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 die Treppe rauf. So. Na gut. So, wir werden wie immer einräumen. Und am nächsten Tag sehen wir uns dann wieder. Okay. Dann ja, Schlusswort. Also dann, wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, 7 Days to Die mit der ängstlichen T-Brow und dem mutigen Angwin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.